Heute geht es um die besten PTZ-Überwachungskameras. PTZ, also Pan-Tilt-Zoom-Überwachungskameras, haben die Eigenschaft, dass man sie schwenken, neigen und auch zoomen kann. Drei verschiedene Modelle von drei verschiedenen Anbietern aus drei unterschiedlichen Preisklassen möchten wir euch in diesem Video vorstellen. So werdet ihr die wichtigsten Eigenschaften und Funktionen der Geräte sofort auf einen Blick haben und könnt euch dann entscheiden, welche Überwachungskamera für euch die richtige ist. Wenn ihr euch nach dem Video noch weiter zu den Geräten informieren oder eines der Modelle vielleicht auch bestellen wollt, schaut doch gerne mal in der Videobeschreibung vorbei. Wir haben euch dort unten alles weitere auch verlinkt. Reden wir nun gar nicht weiter drum rum und starten gleich rein mit dem ersten und auch günstigsten Modell im Vergleich. Herausgesucht haben wir hier die beliebte Elimage 2K. Diese Kamera hat eine Auflösung von 2K, also ist etwas besser als Full HD und besitzt natürlich die Schwenkbarkeit, Neigbarkeit und auch einen Zoom. Die Kamera ist fast vollständig, nämlich mit bis zu 355 Grad in der Horizontale und bis zu 120 Grad in der Vertikale schwenkbar. Dies kann man natürlich über das Smartphone ganz angenehm vornehmen. Hier hat man auch Zugriff auf alle weiteren Funktionen der Kamera. Neben einer starken Auflösung am Tag kann das Modell auch eine 10 Meter farbige Nachtsicht durch die vier Infrarotlichter ermöglichen. Ansonsten überzeugt das Modell noch durch den Bewegungsmelder, durch den die Kamera mithilfe der Smartphone-App eine automatische Benachrichtigung senden kann, sollte sich jemand im überwachten Bereich aufhalten. Des Weiteren arbeitet dieses Modell komplett kabellos. Die große 15.000 mAh Hochleistungsbatterie wird von dem im Lieferumfang enthaltenen Solarpanel gespeist. Außerdem ist diese Überwachungskamera mit einem Alarmmodus ausgestattet, indem sie mithilfe einer Licht- und Soundwarnung den Eindringling abschrecken kann. Des Weiteren ist das Modell natürlich wasserfest und bietet eine Abspeicherung der Daten auf einer SD-Karte. Bis zu 128 GB kann diese groß sein und damit unzählige Videos und Bilder abspeichern. Auch ist aber zusätzlich die Speicherung in eine Cloud möglich. Alle weiteren Infos zu dieser starken Überwachungskamera über den ersten Link in der Videobeschreibung. Insgesamt kann das Modell, wie gesagt, vor allem durch sein starkes Preis-Leistungs-Verhältnis überzeugen. Bleibt aber auch gern noch bei diesem Video dran, denn wir möchten euch noch weitere Modelle vorstellen. Das Modell aus der nächsten Preisklasse ist die NPWIS 4MP. Bei dieser PTZ-Kamera handelt es sich um ein Indoor- und Outdoor-Modell, welches vor allem für eine Deckenmontage geeignet ist. Hier hat man durch die Smartphone- oder auch Computersteuerung Zugriff auf eine fast maximale Abdeckung. Bis zu 330 Grad kann das Modell sich in der Horizontale und bis zu 90 Grad in der Vertikale drehen. Des Weiteren ist hier ein vierfach optischer Zoom dabei, durch den man mithilfe auch der 2K-Auflösung der Kamera auch kleinere Details erkennen kann. Und das nicht nur am Tag, sondern durch die Infrarot-Nachtsicht auch in der Nacht. Eine Reichweite von bis zu 20 Metern bietet das Modell hier bei einer farbigen Nachtsicht. Ein deutlich besserer Wert also als das zuerst vorgestellte Modell. Zudem kann die Kamera noch durch einen besonders hohen SD-Kartenspeicher von bis zu 256 GB überzeugen. Alle Daten können aber auch ganz einfach über eine Cloud eingespeist werden. Überzeugend tut das Modell vor allem auch durch die Smartphone-Live-Ansicht. Durch diesen Fernzugriff kann man die Kamera von überall aus überwachen. Die Bewegungserkennung kann einem aber auch Benachrichtigungen auf den PC oder das Smartphone schicken, sollte sich jemand im überwachten Bereich aufhalten. Integriert hat auch dieses Modell einen Alarm, der sich vor allem durch eine kleine Sirene auszeichnet. Des Weiteren ist über diese Kamera eine Zweiwege-Audio-Funktion möglich. Das heißt, man kann mit demjenigen vor der Kamera, sei es ein Eindringling oder auch einfach nur ein Besucher, mit Hilfe seines Smartphones kommunizieren. Die Kamera hat also nochmal mehr Funktionen sowie auch eine bessere Sicht, vor allem in der Nacht, als das zuerst vorgestellte Modell. Des Weiteren hat sie einen sehr starken Zoom, womit auch kleinere Details erkennbar sind. Mehr Infos zu der zweiten PTZ-Kamera im Vergleich zur NPVS 4MP über den zweiten Link in der Videobeschreibung. Bleibt aber auch unbedingt noch kurz dran, denn als drittes und letztes möchten wir euch das absolute Premium-Modell vorstellen. Es handelt sich um die Reolink RLC82-3A. Hier handelt es sich um eine schwenk- und neigbare 4K-Überwachungskamera. Das Modell, welches vor allem für eine Wandmontage geeignet ist, überzeugt durch eine 4K-Auflösung sowie durch eine 360-Grad Schwenk- und 90-Grad Neigbarkeit. Zudem hat das Modell mit dem 5-fach optischen Zoom auch hier den Bestwert bei der Zoombarkeit. Auch eine starke Nachtsicht ist hier dabei. Diese soll laut Hersteller bis zu knapp 60 Meter reichen. Abgesehen von der starken Auflösung der Kamera und der hervorragenden Nachtsicht bietet sie natürlich auch alle smarten Funktionen, die die anderen Kameras aus dem Vergleich zu bieten haben. Dazu gehört die Bewegungserkennung und automatische Benachrichtigung auf das Smartphone, die Zweiwege-Audio-Funktion und auch die verschiedenen Speichermöglichkeiten. Sowohl auf einer Micro-SD-Karte, bis zu 256 GB sind hier möglich, oder auch in einer Cloud. Zusätzlich kann das Ganze hier auch auf einem Reolink-NFR- oder FTP-Server gespeichert werden. Mehr Infos dazu gibt es über den dritten Link in der Videobeschreibung. Des Weiteren kann das Modell aber noch durch einige Zusatzfunktionen überzeugen. Dazu gehört die intelligente Unterscheidung zwischen Personen, Fahrzeugen oder Tieren, das Einstellen verschiedener Überwachungspfade bzw. Patrouillen und auch das Einstellen verschiedener Bewegungszonen. So werden immer nur bestimmte Bereiche überwacht bzw. so kann man die Überwachung von verschiedenen Bereichen auch unterschiedlich planen. Des Weiteren hat das Modell eine Zeitraffer-Funktion, ist natürlich wasserdicht und kann hier auch mit sämtlichen Kameras vom Reolink-System verknüpft werden, welches sehr, sehr umfangreich ist. Mehr Infos zu dieser Kamera über den dritten Link in der Videobeschreibung. Aktuell gibt es hier einen 60 Euro Rabattgutschein, wenn ihr über den Link in der Videobeschreibung klickt. Ansonsten gibt es von dem Hersteller, wie gesagt, auch noch viele weitere Modelle. Diese werden euch auch über den dritten Link angezeigt, wenn ihr hier etwas runterscrollt. Ansonsten hoffen wir, dass euch dieses Video etwas weiterhelfen konnte und ihr zumindest eine gute Übersicht über die aktuell besten Modelle bekommen habt. Wenn ja, lasst gerne eine Bewertung da und schreibt einen Kommentar. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.